Guten Tag, mein Name ist Thorsten Scholz, ich bin der Neue bei den Beatrix, ich spiele erst seit 20 Jahren Bassgitarre bei denen. Und wir gucken jetzt uns Fans, fragen Bands an bei Deluxe Musik und ich habe totalen Bock, weil das finde ich immerhin lustig. Hallo, ich bin die Lisa und ich wollte euch fragen, was euch am besten am Taubertal gefällt. Ja, Taubertal ist halt schön, weil die Kulisse halt fett ist, also da stehst du auf der Bühne, aber ganz ehrlich, wenn Lisa nachher irgendwie doch in Sichtweite steht, ist mir die Kulisse noch Latte. Guck mal, Lisa, Bombe, super Brille auch. Ne, bleib dabei, Lisa ist das Beste am Taubertal. Deswegen war die letzten Male Taubertal nicht so geil, weil Lisa nicht dabei war. Kulisse ist ohne eins okay, aber Lisa ist schon eine eins, ey, stark. Finde ich wirklich beeindruckend. Hallo, ich bin die Steffi und was ich schon immer von den Beatrix wissen wollte, warum seid ihr eigentlich so unglaublich cool? Die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, ernsthaft, weil ich finde ja nicht, dass wir unglaublich cool sind oder icke zumindest nicht. Die anderen vier sind unglaublich cool. Ich glaube, bei uns ist die Menge an Leuten, prozentualisieren, sind es ja bei uns vier Fünftel, die unglaublich cool sind. Wie viele Prozente das sind, kann jeder völlig selber ausrechnen. Bei anderen Bands, bei Kraftflop, da gibt es halt nur drei coole Typen, sag ich jetzt mal, und zwei uncoole oder sogar noch weniger oder bei anderen Bands. Und bei uns gibt es halt vier coole, nur einen uncoolen. Deshalb sind wir einfach eine coole Band, weil im Querschnitt wir halt schon eher cool sind. So würde ich es jetzt mal beantworten. Aber danke Steffi auf jeden Fall, super T-Shirt. Hallo, ich bin der Max und was ich die Beatrix schon immer mal fragen wollte, wie geht es einem Berliner, der wohl im Frankenland ist? Ich freue mich ja persönlich, ich bin ja ein großer Freund des Dialekts. Ich mag auch den jungen Max, ich finde es wirklich toll. Ich versuche auch immer sehr deutlich Dialekt zu sprechen, weil ich finde es wirklich schön, dass Leute so... Und bei denen weiß ich relativ schnell, ah Franken, das kriegt man da, weiß man schon oft. Es ist ja so, oh, ist es jetzt nur Baden oder ist es jetzt eher... Deswegen finde ich das schon schön.